Herzlich Willkommen! Gerne möchte ich Ihnen eine Erfahrung aus meinem Leben erzählen, was sicherlich auch für Sie sehr hilfreich wäre. Als Mensch habe ich dieses Jahr feststellen müssen, dass ich an meine Grenzen gestoßen bin und dann auf entsprechende Hilfe zurückgreifen musste. Ich mache meine Arbeit als Sicherheitsberater wirklich sehr gewissenhaft und auch gut. Das bekomme ich immer wieder von meinen Kunden bestätigt. Aber wie hilflos man ist, wenn man in Not gerät und sich selber oder sein direktes Umfeld nicht mehr helfen kann, das habe ich mit dem Tod eines sehr nahestehenden Menschen erst kennengelernt. Von einem Moment zum anderen verschiebt sich Ihre ganze Wertvorstellung. Mir wurde in dieser Situation klar, wie schnell man verletzbar wird und man auf Hilfe anderer angewiesen ist. Man kann nicht alles selber im Griff haben. Oder auch regeln. Das habe ich in dieser schwierigen Zeit erkennen müssen. Geholfen haben mir in dieser Zeit meine Freunde, die mich irgendwie als Experte für Lebensfragen unterstützt haben. Und nun zu meinem Rat für Sie als Mensch und auch als Sicherheitsberater. Egal ob Sie Privatperson oder Vertreter einer Organisation oder eines Unternehmens sind, machen Sie sich bitte frei von Ihren Zwängen und lassen Sie es zu, dass andere Ihnen in schwierigen Situationen helfen und Sie auch unterstützen. Sei es in Krisenmomenten oder auch in Präventionsfragen. Denn nur so schaffen Sie es, aus Ihrem Tief wieder herauszukommen. Ich kann Ihnen zwar nicht in Lebensfragen helfen, aber wenn es um Ihre Sicherheit geht, so können Sie sich gerne mir anvertrauen und mich jederzeit kontaktieren. Ich würde mich freuen, auch Ihnen helfen zu dürfen. In diesem Sinn, bleiben Sie sicher! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020